Dieser Adler, der da hängt? Genau, der soll deine Mutter... Aber der hängt da. Ich schwöre auf den Koran, wir beide, wir sehen uns. Wallah, wir werden uns sehen. Und ich schwöre dir bei Allahs Namen, es wird nicht gut für dich ausgehen. Wie viel wiegst du? Ich wiege, ja. Wallah, wiegt 500 Kilo. Wenn ich dich esse, esse ich dich. Nicht schlecht. Willst du fame werden auf albanische Flagge, ja? Weil du weißt, dass alle Albaner dich gerade hängen. Wallah, wäre ich ein Albanischer, hätte ich dich mal angeguckt. Ey, Riffik, du... Einfach, wenn man Luftballon platzen lässt, Corona verteilt sich, red man nicht. Berund dich wieder. Schwöre auf meine Mutter, diese Art, der soll deine Mutter f... TikTok, spot dich. Ich als Libanese, ich werde deine Mutter f... Hast du mich verstanden? Nur weil du über Albaner redest, weißt du das? Bruder, ich habe wegen dir das Bild geändert.